Ich bin bereit. Nur die Lampe ist fast alle. Die ist alle, okay. Sehr gut, Speicherpunkt. Aber das heißt, hier wird auch irgendwas los sein. Speicherpunkte sind dein Fluch. Hallo. Ich mag das Licht, ich mag das Licht. Oh, der hat leider schon den Kopf verloren. Nur nicht den Kopf verlieren. Das ist immer die Hauptsache. Hier ist nirgendwo was. Komm, leg doch mal ein bisschen Munition hin. Ich verbrauch die doch so schnell. Da hinten waren Vieh rechts. Links passiert auch nix. Ne, hier kann ich nicht lang. Und es ist ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr seht das dann später auch alles. Ah, jetzt passiert gerade irgendwas. Ich weiß nicht, was das immer ist. Oh, da kommt noch einer. Das war immer gar nix. Das ist noch mehr. Alter. Was ist denn? Ah. Der hat mich erschrocken. Wow. Ah. Tod. Stirb. Verrecke doch. Meine Fresse. Der lag so auf dem Boden. Ich dachte, der wäre schon tot. Und da sitzt ein toter Ranger. Ich dachte, das weiße, da wären irgendwie Augen. Das fand ich ganz schön unheimlich. Oh. Speerspitze. Und eine neue Notiz. Das hat auch mal lang gedauert. Regina. Eintrag 1. Wieder einmal hatte André mir geholfen. Wieder einmal fahre ich mit einem Schienenwagen zu meinem Ziel. Dieses Mal reise ich jedoch bequem, anstatt mich in einer Gepäckkiste zu verstecken und zu riskieren, auf der Stelle getötet zu werden, wenn man mich findet. Diese Tunnels, durch die ich fahre, scheinen jedoch Dinge zu beherbergen, die gefährlicher sind, als der Exekutionstrupp oder die Exekutionstrupps der Roten. Ja, und das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Okay. Munition. Ja, perfekt. Guck mal, jetzt können wir sogar die Schrotflint-Muni aufnehmen, ja, weil wir davon so viel verballern. Noch 99 Schuss. Das ist okay. Ach, der benutzt die... Im Endeffekt ist das eine kleine Schrotflint, oder was? Der benutzt dieselbe Muni. Ob ich hier rein muss? Warte, hier geht's ja weiter, ne? Oder? Ne, hier ist auch Schluss. Ich hasse das, wenn du nicht weißt, wo du langen musst. Hier geht's nicht lang, da geht's auch nicht raus. Dann gehen wir einfach mal zurück. Und wenn ich jemals wieder in eine Station komme, werde ich Filter kaufen. Das werde ich schwören. Beim Leben meiner verstrahlten Mutter. So, ah, guck mal an. So. Was brauchen die eigentlich mal zwei Schuss? Das ist voll die Frechheit. Und ich meine, der wechselt den Filter doch selbst. Eben gab das wieder so Probleme. Das habe ich wieder nicht kapiert. Ich achte so ein bisschen auf den Schatten. So ein bisschen Angst habe ich noch. Ja, ja, ich weiß. Ist mir nicht neu. Kann man nicht irgendwie ein Gate schließen, dass hier diese ekelhafte Luft draußen bleibt? Und hier weise ich halt jetzt gerade nicht weiter. Das ist jetzt eine spannende Geschichte. Ah, guck mal. Da kann ich... Hä, wieso kann ich nicht hier drauf? Kann ich rückwärts fahren? Ich kann ja nicht rückwärts, ne? Oder doch. Kann ich. Was habe ich denn jetzt gerade gerammt? Ich würde vermuten, dass ich irgendwie das Teil hier umstellen kann. Da, wusste ich doch. Und dann rammen wir das einfach mal aus dem Weg. Diese Schau, wo schlau. Und dann geben wir mal Vollgas. So, wechselt der jetzt den Filter? Das mit dem Filter? Oder da gibt es bestimmt eine andere Taste für. Das muss ich nochmal durchgucken. Das war jetzt noch nicht richtig. Ja, Achterbahn! Phantasialand! Juhu! Nimm lieber mal... Alter! Wir sind ein bisschen zu schnell! Nein! Ob das jetzt so richtig war? Ich glaube aber schon, oder? Da haben wir uns noch wieder überschätzt. Ja. Dieser Jugendliche Übereifer. Pavels Gruppe rückt zur Tretjakowskai hervor. Auch als Venedig bekannt. Sie haben ein paar Stunden Vorsprung und bewegen sich durch häufig benutzte Tunnels. Aber ich werde sie einholen. Ich kann es mir nicht erlauben, es nicht zu tun. Ach so, wir fahren gar nicht nach Venedig. Dachten wir mal schon hier. Coolen Sommerurlaub. Tretjakowskai. Könnte auch ein Wodka sein. Nein! Unser Wagen! Und das ist zum Glück eine neue Maske. Komm her! Krall dir mal die Maske. Die ist nicht besser als meine. Die Zeit läuft aber gerade nicht weiter. Kann ich die wohl absetzen? Ah, cool. Wir haben alles hinter uns begraben. Das heißt, hier kann nichts passieren. Vielleicht gibt es hier noch was Schönes. Das gucke ich mir jetzt noch an. Den Anfang eines Levels mag ich immer am meisten. Das sind immer am wenigsten Monster. Das ist was für eine Schrotflinte. Die hat das auch. Ah, die hat einen Schalldämpfer, glaube ich, drauf. Oder einen schweren Lauf. Eins von beiden. Egal was es ist. Haben, haben, haben. Die Maske von dem ist leider kaputt. Ist unser Wagen jetzt kaputt? Oder wieso hat er jetzt ein rotes Rücklicht? Nein, der geht noch. Der geht noch. Probustes Teil. Ein guter deutscher BMW. Warum sitze ich jetzt hinten? Ne, doch nicht. Ich dachte schon. Ah, der geht nicht an, oder was? Doch. Wüsste ich doch. Aber da liegt noch ein Typ. Den habe ich übersehen. Und die Lampen gehen immer aus. Das, das, das ist ein bisschen verdächtig. Hast du nix? Nicht mal einen Kopf? Doch, ein Kopf hat er noch. Jetzt steig ein und gib Gas. Wieso macht der immer die Lichter aus, frage ich mich. Das ist ein bisschen seltsam. Was könnt ihr jetzt wieder auf uns warten? Hier sind doch bestimmt irgendwelche Viecher unter der Decke. Obwohl ich eher denke, dass jetzt hier gleich wieder mal was Menschliches auf uns lauert. Ich gucke mich immer mal so ein bisschen um. Ob das irgendwo was sein könnte. Ich frage mich nämlich, ob in diesen Boxen hier was drin ist. Ne, ich glaube das sind nur Stromkästen oder sowas, ne? Ja. Man hört irgendeinen Kratzen. Unheimliche Scheiße. Na gut. Wir sind mal wieder der Elefant im Porzellanladen. Los da. Ja. Ja, es war so klar. Oh, ich auch. Wir sind bewaffnet. Schwör bei Lenins Namen. Er sieht nicht wie ein GB aus. Die Uniform ist mir fremd. Könnte er einer von unseren sein? Schau dir all die Waffen an. Nicht schießen, Kumpel. Wir sind Zivilisten. Wir sind Frauen und Kinder. Leben und leben lassen, okay? Wir sind Flüchtlinge von der Roten Linie. Ich bin hier der Chef. Im Prinzip. Obwohl niemand unter meinem Kommando steht. Alle einsatzfähigen Männer sind mit der anderen Karawane gegangen. Einen halben Kilometer voraus. Die dachten, die würden uns beschützen. Aber sie wurden angegriffen. Wir haben die Schüsse gehört. Sie haben nachgelassen. Aber es sieht nicht so aus, als ob unsere Leute überlebt hätten. Also können wir nicht weitergehen. Und wenn wir zurückgehen, steht da ein Feuertrupp für uns bereit. Du siehst aus, als hätten du schon einige Kämpfe gesehen. Kannst du uns helfen? Nicht meinetwegen. Wirklich. Aber ich habe Angst um die armen Kinder. Oh nein, er spielt die Kinderkarte aus. Wir denn schon? Wie sollen wir ohne sie leben? Sie erschlägen sie noch. Begrab sie noch nicht. Aber die Schüsse, die Schüsse waren so laut. Kaufen, kaufen, kaufen. Und was, wenn sie gewonnen haben? Warum? So, der hat Spielzeug. Oh, wir haben sogar ziemlich viel von dem Zeug. Ja, bla bla, auf zu labern. Das ist doch manchmal echt schrecklich. Knappst du, die... Das sind wunderbare Parade in der Kaufwege. Wenn ich jetzt mal gucke. Kaufen, zehn. Also hier steht, glaube ich, immer für 30 Schuss. Kann das sein? Ja, der kostet ein Sechs Schuss, fünf. Okay. Ja, du bist ziemlich teuer, Junge. Was sind das? Gewehrpatronen. Ach, dabei kaufen steht immer, wie viel wir kriegen und oben steht der Preis dran. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Gut, das reicht erst mal. Munitionstechnisch haben wir kein Problem. Bla bla, alle am reden hier. Ich höre mich doch selbst kaum noch. Was ist wieder der? Der hat aber noch was. Was hat der denn hier noch? Das Spielzeug? Weißt du? Ich soll euer Leben retten, aber ich muss mir hier teuer alles erkaufen. Anpassen. Was können wir denn hier noch machen? Zieloptik? Die habe ich doch schon. No. Laservisier. Also das muss ich jetzt nicht aufwerten. Ich gucke einmal mal, was ich hier vielleicht machen kann. Lauf. Verlängerter Lauf. Schalldämpfer. Den habe ich aber. Ich frage mich, ich könnte das gleiche, glaube ich, noch mal kaufen. Und hätte dadurch keinen Vorteil. Was ist das? Verschiedenes. Laservisier. Der dicke Kolben. An sich passt das aber. Na, Schalldämpfer wäre vielleicht okay, aber ich möchte für jetzt keine Muni verschwinden. Komm. Ihr müsst... Oh, ich höre meine Freundin. Wo ist denn meine Freundin? Hallo. Da kann ich nicht hin. Ihr werdet doch auch Filter verkaufen, oder? Das war schon wieder alles. Bisschen Muni und ein paar Kackwaffen. Moment, bei dem war ich ja gerade... Kann ich bei dem auch Waffen kaufen? Du wirst noch einen Ort für dich finden, wenn wir irgendwo anfangen. Wie viel bietet der mir? 34 Munitionen. Arschuss. Ja, komm, ich habe die bis jetzt eh nicht benutzt. Wir holen uns mal so ein bisschen Zeug dazu. Loli. Vielleicht hat er eine geile Schrot. Ne, hat er nicht. Okay, aber... Wie gesagt, ich benutze die eh nicht. Vor allem, weil die auch Schalldämpfer... Ach, Schalldämpfer. Schrotmoni benutzt. Oh, wir haben das kaputt gemacht. Das arme Teil. Wie das aussieht, die Stoßdämpfer. Gut, ich bin soweit. Macht's gut. Ciao. Oh, Schüsse. Soll ich die noch zuhören? Ich höre mal gerade die Geschichte an. Oh, jetzt erzählt hier jeder sein Leiden. Wie schwer er es doch hat und so weiter. Ich hab's schwer. Ich muss hier die Drecksarbeit machen. Wir gucken... Oh, guck mal. Bequem. Oh, jetzt ist leider der Kopf gerade weggeflogen. Ich glaube, wir hätten das alles gar nicht kaufen müssen, weil das hier jetzt direkt rumliegt. Machen wir Licht aus oder Licht an? Ich glaube, wir machen Licht aus. Bin bei uns... Da ist da schon einer. Da liegt Zeug. Kann ich euch nehmen. Hilfe! Hilfe! Genug gejammert. Es kommt niemand. Also, Kumpel. Du nimmst sie zuerst, weil du gewonnen hast. Ich schiebe Waffe. Wo sind die? Warte, erstmal muss ich jetzt hier meine Wurfmesser ausrüsten. Das darf nicht schon wieder schief gehen. Ich würde gern Licht anmachen. Aber dann sehen die mich. Sind die in dem Zug? Die sind nicht hier hinten irgendwo. Ich dachte schon, die hätten mich gesehen. Nein. So. Mit denen ist das nur Ruhe. Haben die die jetzt umgebracht? Die arme Frau. Da kommt irgendwo noch einer. Die haben die tatsächlich umgebracht. Irgendwo läuft hier noch einer rum. Wo ist denn der? Ich habe Angst, dass der wirklich im Rücken steht. Da kommt er. Ach, ich kann ja echt nicht daneben geworfen haben. Mein Gott. So. Das waren die drei. Jetzt kann man ja wieder ein bisschen Licht riskieren. Also, sie haben sie tatsächlich umgebracht. Anscheinend schon vorher, die Deppen. Oh, Mann. Und dann auch noch gestorben. Was ein Scheißtag. Der hat Bomben. Ich brauche auf jeden Fall meine Messer wieder. Das ist jetzt nervig, dass ich hier schon wieder daneben geworfen habe. Ob das irgendwo hier vorne noch liegt. Was gut ist, die haben ja so einen hellen Griff. Das ist, glaube ich, extra. Wie viel habe ich denn? Von meinen Wurfmessern. Drei. Alter. Das ist aber nicht gut. Also, eins müsste ja noch hier hinten liegen. Das habe ich ja hier daneben geworfen. Das habe ich bestimmt da hinten reingeworfen. Irgendwo. Verdammt. Ich habe versucht, sie zu retten. Na, okay. Drei Wurfmesser ist von Anfang okay. Es werden ja noch mal welche rumliegen, denke ich. Sonst könnte ich zurückgehen und noch welche kaufen. Was ist das denn? Oh, guck mal. Die könnte ich ja noch zusätzlich aufnehmen, ne? Ich habe jetzt aber nicht meine Waffe weggelegt, oder? Ne. Eins ist die. Was schießt die? Die schießt mit Revolver-Money. Ui, die sieht aber ziemlich fett aufgewertet aus. Aber wir bleiben erst mal dabei. Weil, vor allem kann ich da im Dunkeln sehen, deswegen. Ist die ganz gut. Vor allem auch für euch, dann seht ihr auch was. Okay, hier vorne bin ich aber falsch. Die Starr. Sehr gut. Haben wir direkt wieder zwei Wurfmesser. Habe ich gewusst, deswegen habe ich die vergeudet. Das war anscheinend einer von den Guten. Sieht man hier irgendwas? Das ist der Trupp, der vorausgeht. Was zum Teufel machst du da so lange? Wir haben bereits alles durchsucht. Da hinten sind irgendwo welche. Würde sein, dass wir ein paar Patronen oder so übersehen haben. Achte weg deinen Kind, Herren. Die anderen sind vermutlich schon wieder zu Hause und halb betrunken. Wie hole ich mir den? Jetzt zünden ja alles an, die Schweine. Da ist keiner. Ich glaube, die stehen hier irgendwo. Ich habe Angst. Geht hier noch irgendwo einer? Ah, guck mal, da war er. Oder ist da was? Ich glaube, das ist nur ein Fass oder so. Aber wir werden das trotzdem nochmal angucken. Hatte ich den durchsucht? Ih, fliegen! Gut, da seid ihr jetzt dran, ob ihr wollt oder nicht.